Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen bei ChainWageTV. Heute spielen wir eine tägliche Mission und zwar eine weitere aus der Reihe Retter in der Not. Bei dieser hier dürfen wir diesmal wieder mal im Bezirk Beryl ein paar Uhrwerkmecher umlegen, die hier direkt auf der Straße rumstehen und nach Schlägen schreien. Oh Mann. Erstmal eben ein bisschen heilen hier. Aber die droppen wenigstens Loot. Das hilft uns dabei. Und nachdem wir die platt gemacht haben, ist die Quest auch schon fertig und dann will ich auch nicht länger aufhalten. Dann danke ich euch recht herzlich fürs zuschauen und hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschusen!